«Saxen Danny» wird Ihnen präsentiert von «EF Sprachenschule». Kommt vorbei und informiert die an der Falkenstrasse Nummer 13 in Basel. Unterstützt von «Hairsan» und «Moda Style». «Drei, zwei, eins, beng!» «Ja!» «So, grüezi miteinander und herzlich willkommen zu «Saxen Danny» von dieser Woche. Bei mir ist Charlotte. Ich habe gerade den ersten Sport probiert, einen kleinen Schluss-Sprint. Jetzt bin ich aus Rotem. Charlotte, jetzt kann ich dir gerade das Mikrofon geben und du kannst gerade selber weiter erzählen, was machen wir in den nächsten Wochenenden. Okay. Nächste Woche ist die Vereinsmeisterschaft von der ELA Erbindungen. Und wir machen mit allen Mitgliedern den Wettkampf mit drei Disziplinen. Die Jüngeren mit 60 Meter Sprint, mit Ballwurf und mit Weitsprung. Ich weiss, ich habe nicht so viele Konditionen, aber ich bin höchstens etwa 15 Meter gerennt und kann schon kaum weiter sprechen. Wie viel Training macht ihr hier im ganzen Jahr? Es ist ja doch ein grösserer Verein. Bei den Kleinen haben wir einmal pro Woche. Die Älteren haben zweimal in der Woche und dann einfach noch Krafttraining. Gewisse gehen sogar viermal in der Woche. Die haben einfach dann noch laufen etc. Das ist ganz individuell auf den Athleten, die wir eigentlich trainieren. Das klingt jetzt relativ luxuriös. Sie haben sogar einen Krafttrainingraum. Das aber jetzt auch dank dem neuen Garderobegebäude hier auf dem Spiegelfeld, das entstanden ist. Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs aus? Ist das eine Sportart, die man auch noch ein bisschen dahinter gehen muss? Bei dem Nachwuchs sieht es sehr gut aus. Wir haben eigentlich die Jugendlichen schon ab fünf Jahre, die bei uns trainieren können. Wir haben auch solche, die wirklich bleiben, bis sie eigentlich selber aktive Ältere sind. Das ist eigentlich lässig und sie sind immer motiviert. Wie geht denn das vor sich so? Da fängt die jeweils schon recht frei an mit fünf Jahren. Wer steht hier hinter der Jugendarbeit? Hinter der Jugendarbeit steht natürlich mit allem Trainer, wie auch die Sponsoren. Ohne Sponsoren geht es natürlich auch bei uns nicht. Das ist ganz klar. Und dass wir eigentlich die Jugend so fördern können, sind wir eigentlich auch für Sponsoren sucht. Wir brauchen auch für den Kraftraum etc. haben wir auch unsere Sponsoren anzufragen. Wir sind auch wirklich toll unterstützt worden. Und ich möchte auch im Voraus eigentlich schon einmal Dankeschön sagen an alle Sponsoren, die bei uns jetzt eigentlich betreut haben. Also würde ich sagen, Ab ans LAR in Binnigen. Und ich sage nochmal Achtung, 3, 2, 1, Go! Hey, bauen doch mal etwas da hinten. Ja, aber es ist immer dasselbe. So, jetzt sind wir am nächsten Ort. Ich bin in einem ganz lauschigen Plätzchen gelandet. Pascal Schnitzgenwaggis, warum hier im Sommer schon bauen? Hallo! Also wir haben keine Bodenheizung auf dem Wagen und darum haben wir gesagt, wir bauen im Sommer durch. Und wir wissen schon alles und so. Und wir sind voll dran, wie ihr seht im Hintergrund. Okay, und das hat aber auch einen anderen Grund, dass ihr extrem aktiv seid. Was habt ihr nächstes Wochenende vor? Es ist so, nächstes Wochenende sind wir in Terwil. Am 23. August ist die Einweihung vom Dorfplatz vom Neuen. Und wir machen dort etwas, was in der Region noch nicht so gesehen worden ist. Und zwar, wir lassen einen Wetterballon steigen in die Stratmosphäre hoch. Das heisst, der Ballon geht dreimal so hoch, wie ein Flugflug fliegt. Ja, aber wer ist denn auf die Idee gekommen? Wo ist jetzt der Zusammenhang? Bist du unzufrieden mit dem Wetter im Sommer? Nein, wir haben es angemeldet bei der Gemeinde Herwil zum Ballonwettflug machen. Also die normalen kleinen Ballonchen, die man kennt. Und ja, so sind wir eigentlich auf die grössere Ballon gekommen. Und unser Ballon hat einen Durchmesser von 2 Meter. Gut, gehen wir zum Abschluss noch schnell auf die Fasnacht ein, die kommt. Ihr seid wie gesagt schon am Bau, ein ganz spezieller Ort hier. Wie sind ihr dann zu diesem gekommen? Und was ist hier dahinter? Also auf diesen Platz sind wir eigentlich gekommen, weil ein Kollege, sein Vater kennt einen, der hier ein Schiff hat. Und durch das konnten wir diesen Platz hier haben. Aber eben können haben, gell? Ich habe etwas mitgekriegt, erzähl doch schnell, du hast einen Anliegen. Genau, liebe Zuschauer, leider ist es so, wir müssen von hier weg oder möchten ein bisschen auf ein anderes Gebiet. Jetzt suchen wir natürlich einen Abstellplatz für unseren Wagen. Also wenn ihr etwas wisst, meldet euch unter der E-Mail-Adresse, das unter und darunter eingezeigt wird. Oder kommen am besten am Fest am Wochenende in Oberwild direkt vorbei und gehen zu den Schnitzgenwackis. Habt ihr eine Bar? Was macht ihr sonst noch? Nur Ballonen auflassen? Ich musste schnell korrigieren, es ist nicht Oberwild, sondern Terwild. Aber das ist kein Problem. Es ist alles ein grosses Dorf. Genau, so ist es. Wir haben eben, wie gesagt, einen Ballonwettbewerb, der von klein bis gross ist. Und am 11 Uhr am Morgen unseren Start von unserem Wetterballon. Es empfiehlt sich, dabei zu sein, weil es ist eine super Sache und ein einzigartiges Erlebnis. Und wir sind in Muttens angelangt und zwar bin ich einmal mehr wieder der Rattenfänger nachgegangen, bei mir ist der Dani Wermüller. Ist das richtig? Ich glaube, das 25. Jahr sind ihr auf Tour, oder? Das ist genau so, jawohl. Das ist unsere Jubiläumsproduktion. Und dafür habt ihr einen neuen Spielort gewählt. Das ist nämlich auch immer etwas Spezielles bei den Rattenfängern. Da weiss man nie genau, was sie sich aussuchen. Aber es hat auch immer ein bisschen mit dem Dekor für Stück zu tun. Was werdet ihr dieses Jahr bringen? Wir spielen den Sommernachtstraum. Wir probieren ja jetzt seit 25 Jahren Sommernachtstraum zu realisieren und jetzt haben wir ein Stück, das genau so heisst von William Shakespeare, der grosse Klassiker. Und da ist der Spielort, den wir hier haben, mit dem Wald im Hintergrund, mit dieser grossen, offenen Fläche, natürlich wie geschaffen dafür. Ein beriemtes Stück, das ihr euch ausgesucht habt. Viele Leute kennen den Namen. Eine Kurzfassung davon. Ich bin mir nur noch gewahr, dass der Puck mitmacht, der dort das Ganze feiert. Vielleicht kannst du das ein bisschen verbrösmeln. Gut zuhören. Jawohl. Der Puck ist ein Elf und es hat zwei Welten in diesem Stück. Es gibt die Elfenwelt und es gibt die realistische Welt. Und in beiden Welten sind Liebeshändler unterwegs, die zum Teil tragisch, zum Teil komisch, zum Teil verzaubert rauskommen. Und die beiden Welten treffen sich aber auch. Die sind nicht trennt voneinander. Die greifen ineinander ein. Und das macht genau den Reiz von diesem Stück aus. Wunderbar. Dann habe ich gesagt, es ist noch logistisch eine rechte Herausforderung gewesen. Jetzt seht ihr gerade schnell einmal die Bühne. Ist das von Anfang an das Konzept gewesen, dass ihr gesagt habt, wir machen das ein bisschen gesenkt? Jawohl. Die ganze Welt. Nicht nur die Liebeswelt von diesen verschiedenen Akteuren ist aus den Flügen, sondern eben die ganze Welt. Nicht nur in diesem Stück, sondern allgemein. Und da ist die schräge Bühne ein gutes Bild dafür. Also würde ich sagen, wundervolle Ausflug, die ihr machen könnt. Dient euch die Billette reservieren. Freiluftaufführung vom Feinsten hier bei den Rattenfängern in Muddens. Sachs & Danny ist Ihnen präsentiert worden von EF Sprachenschulen Komme vorbei und informiere dich an der Falkenstrasse Nr. 13 in Basel. Unterstützt von Herzan & Moda Style.